Teil 43 »Ginger hat sich auch gleich vom Acker gemacht. Ich hab ne mega Wut auf den Kerl. Wenn die ihn beim Dealen erwischen, kriegt der Noob Club-Verbot. Die würden unsere Band rausschmeißen, und er weiß doch, was für uns auf dem Spiel steht.« »Verdammt!« Raymond schluckte. Er erinnerte sich nur zu gut an den Abend in Brixton, wo sich Ginger die Dinger besorgt hatte. »Die Pillen wären für seinen Bruder. Volle Verarsche.« »Hast du nachher Zeit? Ich treff mich mit Steve. Wir wollen alles bequatschen. Kannst deinen Besuch mitbringen.« »Um neun an der Temse, okay?« »Warte, Zack, da gibt's noch was.« Raymond zauderte, bevor er mit der Geschichte rausrückte. Zack traute seinen Ohren nicht. »Was? Sag mal, hast du sie noch alle? Die Rippen beim Gitarre spielen prellen, am Mischpult. Das nimmt dir doch niemand ab.« »Obwohl, deine Eltern trauen dir wahrscheinlich alles zu. Sag mal, hast du dir wirklich die Rippen geprellt?« »Glaub mir, Alter, es tut verdammt weh,« knurrte Raymond in den Hörer. »Sorry, aber ist das wirklich beim Gitarre spielen passiert?« Raymond hörte dem gepressten Baritons seines Kumpels ein mühsam unterdrücktes Lachen an. »Freut mich sehr, dass du wieder gute Laune hast. Dein Mitgefühl baut mich richtig auf.« »Nein, es ist nicht beim Musikmachen passiert, du Warmduscher. Ich bin in ne Schlägerei hineingeraten.« »Du? Ausgerechnet du?« »Ja, ich. Ausgerechnet ich.« »Hör mal, ich bin schon muttergeschädigt genug. Rose würde durchdrehen, wenn sie davon erfährt. Kapiert?« »Alles klar. Bis später.« Zack legte schnell auf. Er konnte sich das Lachen nicht länger verkneifen. Einladung zum Lunch Mittwoch, 19.30 Uhr Madison rief James an und Chrissy hörte mit halbem Ohr zu. »Ich freue mich über die Einladung zum Mittagessen. Meine Freundin kommt gerne mit.« »Um zwölf Uhr wird serviert,« wiederholte Madison. Chrissy horchte auf. »Ein Lunch bei Madisons Großeltern?« »Nein, danke.« Sie schluckte. Sie musste dadurch. Das schuldete sie ihrer Freundin. »Du zeigst mir aber, welches Besteck ich nehmen muss,« seufzte sie schicksalsergeben. »Mach mir einfach alles nach,« grinste Madison. »Das wird riesig. Ein gemütlicher Lunch mit dir und meiner Großmutter.« Die Türklingel schellte. Chrissy sprang auf und öffnete. Carlo stand vor der Tür. »Hallo, noch mal danke für alles. Ohne dich weiß nicht, was dann passiert wäre,« sagte Chrissy leise. »Ohne mich hätte Reading euch erst gar nicht angebaggert.« »Stimmt, da hast du auch wieder recht.« »Hast du den Quantenrechner wieder?« »Der müsste sicher in Cheltenham sein.« Mein Informant steckte dem MI5, dass das Syndikat heute Nachmittag während des Transports zuschlagen wollte. Also haben sie stattdessen eine Attrappe auf den Weg geschickt. Ich war in Voxhall und habe den Abtransport des Fakes begleitet. Gott sei Dank waren die Leute bestens vorbereitet. Wynwood hat die Operation geleitet. War heftig. Sie haben vier Männer festgenommen. Hört sich gefährlich an. War nicht ohne. Ich hoffe, das war's. Nächsten Montag breche ich meine Zelte in London ab und fahre nach Cheltenham. Dort kann ich voraussichtlich in aller Ruhe arbeiten. Raymond trat in den Flur. »Wie geht's dir heute? Starke Schmerzen?« »Es geht. Meine Eltern haben die Geschichte geschluckt,« raunte Raymond und zog Carlo mit ins Wohnzimmer. Die Band. Mittwoch, 21.20 Uhr. Sie saßen auf einem Mauervorsprung am Canada Water Canal. »Ich würde Ginger am liebsten aus der Band schmeißen, aber wir kriegen auf die Schnelle keinen Ersatzbassisten. Aussichtslos. Die guten Leute sind alle fest in anderen Bands oder alte Knacker. Keine Chance,« platzte Steve heraus, sprang vom Mäuerchen und kickte eine Ginger-Ale-Dose im Karree. »Raymond, fällt dir noch jemand ein, der was auf dem Kasten hat?«, fragte Zach. »Nee, kenn keinen, außer Ginger,« antwortete er. »Könnt ihr die Aufnahmen nicht später machen, wenn ihr euch ein bisschen abgeregt habt?«, fragte Madison. »Wir bewerben uns mit den Aufnahmen bei einem europaweiten Contest für Newcomer-Bands mit eigenen Songs. Wir müssen da unbedingt mitmachen. Der Einsendeschluss ist in zwei Wochen.« Steve warf die Arme gen Himmel und versetzte der Ginger-Ale-Dose einen letzten Kick. Sie landete fast auf der Straße. »Ach, deshalb die Hektik.« »Steve, setz dich mal hin. Ich hab vorhin mit Ginger telefoniert. Schuld an der Sache bist eigentlich du,«, machte sich Raymond Luft. »Ich? Der spinnt ja!« Steves Stimme überschlug sich vor Empörung. »Deine E-Mail von letzter Woche. Du weißt schon. Das Ding war ein Trojaner. Meine Kiste ist wieder clean. Bei Ginger ging das nicht so einfach ab. Die haben seine Bankdaten gefischt. Sein Konto ist komplett leergeräumt. Sogar der Dispo-Kredit.« »Scheiße!«, fluchte Zack. »Das Geld für den neuen Bus?« »Genau. Weg. Komplett«, fuhr Raymond fort. Ginger brauchte auf die schnelle Kohle. Er hat von seinem Bruder ein paar Pillen stibitzt und dachte, mit dem Verkauf kriegt er sein Konto zumindest wieder auf Null. »Das ist ja nur bescheuert. Du kannst das Geld doch zurückholen. Zumindest innerhalb irgendeiner Frist,« rief Zack. »Hab ich ihm auch gesagt. Ginger wusste das nicht. Der dachte, er muss zu den Bullen und so. Und das macht er nicht. Sein Bruder hat doch bei der Demo neulich eins von einem Uniformierten über die Rübe gekriegt. Musste sogar länger in die Klinik. »Gingers Familie hat seither nur Ärger mit den Bullen. Haben sogar einen Anwalt genommen.« »Naja, ich gehe morgen mit Ginger auf die Bank und wir klären das.« »Okay. Wir wissen jetzt, warum. Aber trotzdem, die ganze Band hätte wegen ihm die Drogenfahndung und die Sozialfuzzis am Hals,«, prophezeite Zack. »Ginger ist klar, dass er Mist gebaut hat, dass die Geldbeschaffungsmaßnahme ne hinrissige Idee war. Es tut ihm echt leid.« »Und was schlägt er vor?«, fragte Zack. »Er würde gern in der Band bleiben.« »Und?«, fragte Steve kleinlaut und schaute Zack an. Zack überlegte. Er wollte unbedingt zu diesem Wettbewerb. »Na ja, von mir aus. Aber mit Auflagen,« brummte er schließlich. »Wenn Ginger nicht gerade Bass spielt, kann er sich irgendwelches Zeug reinziehen, einwerfen oder sonst was. Das ist seine Sache. Solange die Musik nicht darunter leidet und er alle Bassseiten trifft. Aber dealen? Nee, kommt nicht in Frage. Wir wollen keinen Dealer in den Dockland Breaks.« Dieser Zack gefiel Madison. Er hatte was. Und er sah verdammt gut aus. Leider hatte Raymond recht. Zack war eindeutig an Chrissy interessiert. Schade. Das war Teil 43 von Scromax. London. Die Suche. Alle Hörbuchteile zum freien Download auf Scromax.de Loserimpolär. Loserimpolär. Verdammt gutter hervorragten … Top三 виделpiece. Loserimpolär. Loserimpolär.